So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Stream. Weiter geht's mit Suicide Squad Kill the Justice League. Ich bin schon sehr gespannt. Wir werden heute vielleicht eventuell Superman fertig machen. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Ich weiß, dass wir glaube ich zu Lex irgendwie zurück müssen. Beziehungsweise... Ja doch, ich glaube, ne? Der wollte irgendwie Batman haben. Mhm. Genau. Genau. Okay, mach das mal. Ja, ich bin gespannt. Das ist ein modifizierter Batman. Hallo, Shark. Du bist auch da, ich sehe. So, wir sind schon auf dem Lex-Gebäude. Da haben wir so einen. Task Force X, ich bin bereit für euch und ihr seid wieder auf der Betriebsparameter, um gegen einen Metamenschen anzutreten. Mein Gott, mein Gott. Ui, da sind wir schon wieder nah dran. Okay, wir müssen nach unten. Huiiii. Okay, dort geht's gar nicht so schnell wie ich dachte. Rutschen etwas langsam. Ui, hier sieht man sogar ein bisschen. Das Kappen. Ich hab mich auch liebhaut. Nein, ganz ehrlich. Ihr seid zwar Spinner, aber ihr seid meine Spinner. Awww. Hack hat wieder deine Endorphine hochgedreht, oder? Oh, und dich am meisten. Die Waffe gegen Superman ist fertig. Mhm. Seid ihr bereit, sie zu nutzen? Ich bin sehr gespannt. Übrigens Lex, du siehst so gar nicht postapokalyptisch aus. Ich würde sagen eher mittelapokalyptisch. Danke, Miss Quinn. Dein halben Anzug hier? Okay, zeig mal her. Seht euch das an! Luther hat uns Leuchtstäbe gemacht. Dank der mutagenen Eigenschaften von Brainiacs Verderbnis synthetisierte ich einen leistungsfähigeren Vektor für die Kryptonitstrahlung. Ich nenne dieses Metamaterial goldenes Kryptonit. Mhm. Goldenes Kryptonit? Ach, das ist so... Wie sagt man? Kitschig, aber für reiche Leute? Prollig. Prollig, ja. Was? Dieser hässliche Scheiß soll den Mann aus Stahl töten? Das goldene Kryptonit stört Supermans Fähigkeiten. Damit habt ihr dann eine echte Chance. Warte mal, warte mal kurz. Stört ihn? Eine echte Chance? Das was? Die Alternative ist, er vernichtet jedes Atom in euren Körpern, sobald er euch zu Gesicht bekommt. Oh! Okay, das klingt fair. Wo sollen wir dieses Ding abziehen, Leute? Dazu hätte ich einen Vorschlag. Centennial Park. Ich träumte immer davon, meinen Superman vor seiner pompösen Statue liegen zu sehen. Diesen Traum mit diesem Superman zu verwirklichen... ...berührt mich. Tja, wär nicht das seltsamste, das ich je im Park gemacht hab. Warum nicht? Ha 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 ha… Ha 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 ha. ...Horley, selbst du glaubst doch nicht ernsthaft, du hättest eine Chance gegen Superman. … ... ... ... ... Unser Dasein allein mag nicht reichen, um Superman zur Konfrontation zu zwingen. Wisst ihr, was ich denke? Nein, nicht die Bohne. Aber was es auch ist, ich bin dabei. Ist es etwas Brutales? Mit surrealem Flair? Lex 2, du musst deinen Patienten in meine Fürsorge entlassen. Ich bin hier fertig. Ich bin gespannt. Nehmt euch ein schickes Auto von meinem Gegenstück. Wenn Batman auf Supermans Begräbnis will, dann soll er auch mit Stil reifen. Hat er uns jetzt vergessen. Ach so, das goldene Kuppe nicht gehabt. Das sieht teuer aus. Kommen wir ab. Und vermasselt es nicht. Ja, das kann ja was werden. Sehr schick. Sieht auch höchst professionell aus. Wir sehen uns nicht. Ok. Immer warten. Ich decir es w pode, dass ihr dann nehmt. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und da sind. Ich bin smart. Ich bin gespannt. Was ist das? Wir sind doch eigentlich schon raus, oder nicht? Dachte ich zumindest. Ich sehe da hinten schon. Redmins letzte Fahrt. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Kämpfen hier. Komm mal ein Stück näher ran. Das ist jetzt aber auch nicht das fancyste Carver, der hat, oder? Die Chancen sind über null. Ja, über null. Moment mal, wie viel über null? Oh, sorry. Ja, äh, kein Signal mehr. Was ist denn da passiert? Feindliche Bedrohung. Oh, da oben, ne? Oh, shit. Eigentlich auch. Ah, naja. Granaten können ein bisschen mehr schlecht als richtig in Luft halten. Zack, kein Problem. Da ist auch noch irgendwer. Moment. Warte, muss ich drücken. Warte hier. Bam. Oh, irgendwas schießt aber noch. Ist da Luft da oben? Ist da unten ein Dude? So. Ah, da ist schon wieder so ein Fetter. Der ist weg. Geh mal hier oben drüben hin. Oh Gott. Mann, es ist hier schon wieder viel los, ey. So. Auf die Fresse. Sehr schön. Und da oben. So, da sind aber wieder Leute. Sehr schön. Und da oben. Zack, weg mit dir. Oh, sehr schön, Jungs. Und eine weitere feindliche Plage beißt ins sprichwörtliche Gras. Ich muss echt erstmal wieder ein bisschen reinkommen ins Kämpfen, ne? Aber uns ja eine gute Mission ausgesucht zum Anfang. Oh, der Mond. Du versuchst deine Gefühle auszudrücken, während wir deine Freunde gegen deinen größten Helden ausziehen. Ja, ja, aber... Es ist... Es ist hart. Ja. Viel Glück. Können wir, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Ich glaube, wir werden sowas von platt gemacht. Was soll schon schief gehen? Ihr werdet schreiend zu Supermans Füßen sterben. Warum? Was ist denn mit seinen Füßen? Ich weiß nicht, Mann. Wir haben deine Jungs schon zweimal umgebracht. Ich verbinde gerne Arbeit und Vergnügen. Seht ihr euch etwa als Team? Ihr seid Herdentiere. Euer Überleben ist von anderen abhängig. Sieh dich an, Harkness. Ein ungebildeter Alkoholiker, der verzweifelt das Land. Ja, ja, ja. Und Floyd ist ein wieser Dad. Sharky ist ein Freak, der nie ein echter Junge wird. Und ich? Was war's noch? Oh ja. Ich war nie die Hellste, was? Denk dir doch mal was Neues aus, Arschloch. Weißt du, Joker. Der hat's richtig drauf gehabt, Leute mit Worten zu verletzen. Aber du? Mäh. Selbst wenn du böse bist, bist du noch viel zu nett. Du hattest'n Lauf, Brucie. Du bist durch Woffim geflattert. Hast Schurken verdroschen. Und allen, die du kanntest, langfristigen mentalen und emotionalen Schaden zum Glück. Jetzt sind wir mal dran. Nach all der langen Zeit. Hättest nie gedacht, dass ich es sein würde, was, Bats? Ist eine schlechte Stand-Up-Nummer jetzt vorbei? Beinahe. Aber die beste Pointe kommt ja immer zum Schluss. Zeit, dass wir Schurken die Rettung der Welt übernehmen. Was für ein Batsignal. Was denn? Batman lacht wohl doch am längsten. Er hat auf sowas gehofft. Der echte Batman, meine ich. Erinnert ihr euch an das Inspirationsvideo? Sein Plan half zum Sieg über Flash und Lantan. Hätten wir den Teil zu Superman schauen sollen? Ähm, ja. Jetzt geht es um unseren Plan. Wir bringen es selbst zu Ende. Also, was ist der Plan? Warum rammen wir ihm das kölnene Kryptonit nicht einfach in den Arsch? Ich glaube nicht, dass wir das so machen sollen. Ich glaube, wir sollten uns ganz schnell im Plan ausdenken. Einer der besten Helden der Welt. Ausgelöscht. Von euch. Und jetzt bist du dran, Arschloch. Sicher, sicher. Das kannst du Wonder Woman dann erzählen. Jetzt lachst du nicht mehr, oder? Hackfresse. Wir sind ja immer so am Arsch. Oh, shit. Ihr könnt euch keinen Rückschlag leisten. Ihr bewegt euch schon auf dünnem Eis. Oh, Gott. Endlich bringst du mich mal zum Lachen, Harley. Na, bitteschön. Was ist das letzte? Das war die Tour. Oh, Gott. Wir machen aber viel Schaden. Okay. Was müssen wir aber anders machen? Wir sind ja raus. Au. Wann ist er denn mal geschwächt? Aua. Dicken Geschwächt. Au. Aua. Dicken Geschwächt. Du bist weit weg vom Wasser. Bietdomme. Aua. Aua. Du musst weiter. Du musst wieder. Du hast deinen Begriff. Aua. Aua. Wenn ihr auf einen langen Kampf aus seid, dann macht so weiter. Aber der Einsatz von Goll und Technik ist nicht am richtigen Zeitpunkt. Es kann euch helfen. Wir müssen neue Waffen erfinden, um hier auch nur einen Kratzer zu verpassen. Ah, okay. Ich glaube, ich bin schneller dauernd als er. Ich wusste, dass du ausbrennen würdest, Harley. Da noch drin ist nicht mein Lieber. Oh Gott, ich hab ihn. Oh ja, der war gut. Der war gut. Wo ist er hin? Da. Shit, 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 shit. Und habe versucht, euch vor euch selbst zu retten. Aber nun sehe ich nach. Es ist Zeit, dass ihr verbrennt. Ich hatte schon immer eine Schwäche vermischt. Verblende Loyalität, ihr Sturheit... Oh, shit. Nein. Oh, oh. Jetzt gibt's den Tod, das ist ja Wunder, also warte. Die meisten Leute würden jetzt anfangen zu beten. Oh, ich bin noch nicht tot. Achso, das war einfach nur seine zweite Phase. Okay. Ich dachte, ich wäre sowas von gut. Oh, Chaos hier, Chaos hier. Ah, Chaos hier. Chaos. Oh Gott, was ist das für ein Raius? Willst du mich verarschen? Alter. Hilfe. Hallo, Freezer. Ich bin immer unter meinem Niveau. Mit mir hoch. Also, ich finde das Spiel ziemlich geil. Macht echt Spaß. Aber dort wird er hart hier mit Superman. Oh, shit. Ja, ich weiß. Ich war zu übermütig gerade. Muss mal umführen. Ja, jetzt nicht schon wieder. Wo ist er denn? Oh Gott. Bin schon wieder tot. Es braucht echt einiges, um eine Gruppe am Außen zu halten. Du hast den Elan gelassen. Okay, das wird hart, ey. Da ist er. Okay. So, noch weiter nach hinten kann ich nicht. Okay. Nee. Wir müssen echt weit weg. Hm. Shit. Pass mal, hat er sich wieder gehealt, die Sau? Ach. Ach. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Oh ja, kann ich. Soll ich vielleicht mal tun, ne? Ja. Oh, shit. Boah. Jetzt zöner. Ja. Ja. Das lief ja schon mal wunderbar. Wir sind super tot, ja. Oh, Mann. Okay, da können wir schon irgendwie hin. Ich wusste nicht, dass wir die Eisdinger kaputt machen können. Das hilft schon mal zu wissen. Ja, komm. Ich mag seine Stimme irgendwie. So. Beruhigend. So, super Schlüpper. Geht los. Shit. Bleck hier. Oh Gott, wie weit geht denn das? Das geht ja über das ganze Spielfeld, ey. Ich weiß, dass ihr meine Garten spürt. Euer Tod ist unausweichlich. Lasst euch das ein Wurzeln. Ihr solltet nicht vergessen, seine Angriffe zu kontern. Ja. So gelangt das Kryptonite in sein System. Ach, shit. Zu spät. Ja. Ja. Da kommt schon wieder so ne Welle. Und da kommt schon wieder so ne Welle. Help. Boah, ja. Da ist er. Ich bin echt hart. Wenn ihr auf einen langen Kampf aus seid, dann macht so weiter. Lecks, komm da runter und helf. Der richtigen Zeitpunkt kann euch helfen. Das neue Kryptonite zeigt nur noch. Erhöhen wir die Dosis. Das müsste ich die Hälfte sein. Ich verscheibe ihm mehr Gold Kryptoniten. Mehr. Jetzt darf ich dich zerschmettern. Boah. Gebt mir doch mal ein bisschen Heilung hier. Nicht nur Waffen Zeugs. Kann ich eigentlich auch. Ne, aber gar nichts. Die Donnerbefehl. Was hält? Es gibt noch nie Zeit, seine Wirkung. Zeit, ernst zu machen. Oh Gott. Ich muss ja hier ins letzte Eck gehen. Wir haben ihn fast, Leute. Wir haben ihn fast. Guck mal auf seine Lebensanzeigen. Wir haben ihn fast. Guck mal auf seine Lebensanzeigen. Okay, Granaten können wir vergessen. Außer es ist vielleicht irgendwo auf dem Boden. Au. Ja, ich glaube auch. Alter. Ja, ich glaube auch. Alter. Schmerzhaft euer Tod wird. Bleibt ganz nirgend. Alter, er kriegt ihn nicht. Schade, dass ihr mir nicht sagt. Du hießt nicht gut aus, Sophie. Zeit für deine Medizin. Aber sicher nicht schmerzlos. Hm. Oh, da wird gut Schaden gemacht. Hey, ich muss nachladen. Jetzt kommt schon wieder so eine Welle. Ah. Da haben wir ihn gut getroffen gerade. Oh, da ist ein bisschen ein Schild. Ah, shit. Kann ich schon wieder sein zu überschlag? Ich bin so tot. Ah, klar. Ich hab's gerade so geschafft, ne? Ich piepe schon. Du weißt? Ihr bewegt euch schon auf dünnem Eis. Falls ich grausam wirk, lasst mich euch versichern. Das ist ein Flach. Du dürft ein Flach. Au. Na, ich setze mich mal auf deine Figur hier drauf. Die könne ich leider nicht. Ich habe dich im VC jetzt, du Deadshot. gonna sagen. Tja. Wir kommen noch nicht dazu. Oh Gott, kippt mich halt trotzdem die Sau. Alter, wirft schon wieder Sachen auf mich. Oh, der war gut, der war gut. Nein, steh auf! Och, ey. Oh, das kommt doch schon wieder weg hier. Oh Gott, hat mich schon wieder umgehauen. Hallo, kleiner Smile. Oh Gott. Ich brauche mehr Schild. Oh, so ein bisschen Waffenzeug hier. Ja, ein bisschen. Ja. Ah, zu spät. Boah, dass ich einfach noch nicht tot bin, man. Ich bin so am Arsch gerade. Mein Köffer ist vorbei. Boah, das kommt bis hier hinten, oder? Hey, gut, Gott. Das wird sich schlimm anfühlen, aber das Gute daran, Wald fühlt es gar nichts mehr. Ha, endlich bringst du mich mal zum Lachen, Arling. Das Kürtel nie zeigt seine Wirkung. Zeit, Angst zu machen. Ah, shit. Ha, du bist direkt reingelaufen, Arling. Boah, da hat er Glück gehabt. Ist er denn überhaupt gerade da hinten? Zeit für einen Paradigmenwechsel. Zeit, dass ihr sterbt. Du würdest dies nicht gut aus, Suppe. Zeit für deine Medizin. Ach, du Scheiße. Ah, shit. Ah, shit. Danke. Nein, ich bin nicht da. Hau mich nicht. Nein. Jetzt flieb. Oh, er ist kurz vorm... Waffen. Sterben. Tja, Harling, ist da, liegst du nun wie eine kumputte Puppe. Oh, ein Schuss. Ein Schuss. Oh mein Gott. Wäre ich jetzt verreckt. Nein, ich wäre so sauer gewesen. Oh mein Gott. Abandon all hope. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Justice League ermordet, natürlich zur Selbstverteidigung, weil sie alle urböse waren. Notfair. Ein guter, glorreicher Kampf. Was für ein Kampf, ey. verbleibt. Mhm. Findet ihr auch, dass es anders aussieht? Bisschen verängstigt vielleicht? Ich glaube nicht, dass es Mikroexpressionen hat. Wie ich. Es hätte doch inzwischen was getan, oder? Ey, brüll jetzt oder Ruhe für immer in Frieden! Ich sag's euch. Task Force X, vier. Justice League und Brainiac, null. Oh, spürt ihr das? Diesen Anflug von Stolz für unser gemeinsames Frag? Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass ich euch respektiere. Aber es verschlägt mir den Atern. Shark, du erdrückst mich. Fühlt sich so an, als wären wir als Menschen gewachsen, weil wir all diese Typen getötet haben. Wer gibt mir fünf? Weißt du was, Quinn? Ich mach's. Schlag ein!